Hola hola soy Tomás, dein Lieblingsspanischlehrer und heute wirst du die Regeln für alle Zeitformen der Vergangenheit in Spanisch lernen. Ich gebe dir auch einen Überblick, um zu wissen, wie man jede Zeitform der Vergangenheit verwendet. Ich fokussiere mich auf den Indicativo Modus und nicht den Subtivo, denn Subtivo lassen wir für ein zukünftiges Video. Diese Lektion hat ein Hauptthema, die Regeln für die Verbzeiten in der Vergangenheit. Wann verwendet man welche? Über die Regeln für die Konjugation der Verben habe ich schon entsprechende Videos gemacht. Also, falls du Hilfe damit brauchst, kannst du sie gerne anschauen. Die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Und ich habe schon seit Monaten her einen Test zu dieser Lektion für dich vorbereitet und du kannst ihn kostenlos herunterladen. Der Link dazu sollte jetzt im Bildschirm irgendwo sein bzw. am Ende des Videos und auch unten in der Videobeschreibung. Wenn du Mitglieder meiner Newsletter bist, habe ich dir schon die Datei als PDF geschickt. Und wenn du schon meinen Patreon abonnierst, kriegst du auch zusätzliche Übrigen zur Lektion. Muchas gracias an alle, die meine Arbeit hier über Patreon unterstützen. Falls du meine Arbeit unterstützen möchtest, kannst du meinen Patreon abonnieren auf Patreon.com Spanisch mit Thomas. Ahora empezamos. Welche sind die Verbzeiten der Vergangenheit im Indicativo? Präterito Perfecto, Präterito Indefinido oder Simple, Präterito Imperfecto und Präterito Plus Quam Perfecto. Erstmals werden wir den Indefinido und den Perfetto im Vergleich lernen. Wann brauchen wir Präterito Perfecto? Wenn eine Handlung in der Vergangenheit immer noch mit der Gegenwart verbunden ist. Por ejemplo, wenn wir über das folgende reden. Hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche, esta semana, este mes, este año… Hier sind drei Verben im Perfetto condujiert. Dazu brauchen wir das Hilfsverb aber plus das Partizip, el Partizipio. Aquí, algunos ejemplos. He probado la cena. He probado la cena. Hemos vendido nuestro apartamento. Mis padres han vivido en Santo Domingo por mucho tiempo. Mis padres han vivido en Santo Domingo por mucho tiempo. Für alle diese Verbzeiten habe ich schon detaillierte Videos hier auf YouTube gemacht. Ich lasse euch in der Videobeschreibung den Link zu den entsprechenden Lektionen dazu. Hier gebe ich euch einen Überblick und in den anderen Videos könnt ihr die Verbzeiten tiefer lernen. Jetzt INDEFINIDO! Wann braucht man Pretérito INDEFINIDO? Oder auch simple genannt. Wenn wir über etwas in der Vergangenheit sprechen, das schon passiert und abgeschlossen ist. Wenn eine Handlung in einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit passiert ist. Hier sind einige Signalwörter für Pretérito INDEFINIDO. Ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, de repente, hace un día, hace dos días, hace poco, hace un momento. Hier sind dieselben vorherigen regelmäßigen Verben im INDEFINIDO CONJUGIER. Ahora, ejemplos. Probé la cena. Probé la cena. Vendimos nuestro apartamento. Vendimos nuestro apartamento. Mis padres vivieron en Santo Domingo por mucho tiempo. Mis padres vivieron en Santo Domingo por mucho tiempo. Aber, ¿gibt es einen Unterschied, wenn ich den selben Satz IN PERFECTO sage? Eso… depende. Es kommt drauf an. He probado la cena. Probé la cena. Hier sind beide Webseiten richtig, da ich nicht genau weiß, wann das in der Vergangenheit passiert ist und falls es vor kurzem war, sind trotzdem beide richtig. Hemos vendido nuestro apartamento. Vendimos nuestro apartamento. Hier sind auch beide richtig, aber… OJO! OJO! Wenn ich die Handlung mit der Gegenwart verbinde, z.B. Das hat dieses Jahr passiert. Dann lieber PERFECTO. Hemos vendido nuestro apartamento este año. Aber vielleicht denke ich eher, dass diese Handlung nichts mit der Gegenwart zu tun hat und sie ist schon abgeschlossen. Dann lieber INDEFINIDO. Vendimos nuestro apartamento. El año pasado. Es ist meistens vom Sprecher abhängig, wie er das sieht. Wenn du findest, dass das Video hilfreich für dich ist, dann bitte ganz gerne ein Like geben und das Video teilen. Ahora, pretérito imperfecto e indefinido en comparación im Vergleich. Wann brauchen wir das Imperfecto? Für eine Handlung in der Vergangenheit, die regelmäßig passiert. Wenn du etwas schon für eine Weile gemacht hast. Wenn du etwas oder jemanden in der Vergangenheit beschreibst. Vendí el apartamento. Vendí el apartamento. Hier mit indefinido betonst du einen bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Du willst sagen, dass du in diesem Moment die Wohnung verkauft hast. Vielleicht letzte Woche, letztes Jahr, egal. Auch wenn es nicht erwähnt wird. Wird es trotzdem impliziert, weil du das mit indefinido gesagt hast. Wie dieses Mal verkaufte ich die Wohnung? Vendí el apartamento. Vendí el apartamento. Hier mit Imperfecto sagst du, dass du früher regelmäßig Wohnungen verkauftest und es ist impliziert, dass du jetzt das nicht mehr machst. Wie früher verkaufte ich Wohnungen, aber jetzt nicht mehr. Wie kannst du Imperfecto und Indefinido gleichzeitig verwenden? Beispielsweise für eine laufende Handlung in der Vergangenheit, die durch eine neue Handlung unterbrochen wird. Preparaba la cena cuando sonó el teléfono. Preparaba la cena cuando sonó el teléfono. Die laufende Handlung, hier preparar, vorbereiten, ist immer in Imperfecto und die Handlung, die unterbricht, ist immer in Indefinido. Preparaba la cena cuando sonó el teléfono. Wenn du in der Vergangenheit beschreibst, brauchst du unbedingt den Imperfecto, ganz oft das Verb SER. Esta ciudad era más pequeña. Esta ciudad era más pequeña. Ahora el pretérito pluscuamperfecto. Pluscuamperfect. Das Pluscuamperfect auf Spanisch ist ähnlich wie auf Deutsch. Eine Vorvergangenheit. Etwas, das vor etwas anderem in der Vergangenheit passierte. Was brauchen wir, um das Pluscuamperfect in Spanisch wählen zu können? Das Hilfsverb HABER im Preterito Imperfecto konjugiert plus das Partitip eines zweiten Verbes. Hier ist HABER im Preterito Imperfecto konjugiert. Yo había, tú habías, él, ella, usted había, habíamos, habíais, ellos, ellas, ustedes habían. Por ejemplo… Yo había hablado. Ich hatte gesprochen. Tú habías comido. Du hattest gegessen. Es ist ein Pre-Pretérito, eine Vorvergangenheit, und wir brauchen es, um zu sagen, dass eine vergangene Handlung vor einer anderen Handlung passiert ist. Und alles geschah in der Vergangenheit. Dazu müssen wir aber auch etwas anderes erzählen, das oft, aber nicht unbedingt, im Preterito indefinido konjugiert ist. Por ejemplo… Yo había salido de la casa cuando me llamaste. Yo había salido de la casa cuando me llamaste. Ya había salido de la casa cuando me llamaste ya había salido de la casa. Alles geschieht in der Vergangenheit. Die Handlung mit dem Plusquamperfecto ist abgeschlossen, aber die andere nicht unbedingt. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Wie gesagt, du kannst den Test zu dieser Lektion als PDF kostenlos herunterladen. Der Link ist jetzt im Bildschirm bzw. unten in der Videobeschreibung. Wenn du meine Arbeiter auf diesem Kanal unterstützen möchtest, kannst du meinen Patreon abonnieren auf Patreon.com, Spanisch mit Thomas bzw. über Paypal. Der Link dazu ist auch jetzt im Bildschirm und unten in der Videobeschreibung. Folge mir auf Instagram als thomasderprofe und auf Facebook als Spanisch mit Thomas. Und adios!